Oh Gott sei Dank, Gott sei Dank. Danke, liebe Spiel. Danke. Oh mein Gott. Was? Was? Och, och nö, oder? Och nö. Och nö, och nö, och nö, och nö. Verdammte Kacki. Okay, ich, ich, ich schätz meinen, ich glaubst nicht, aber ich schätz mal. Brawl-Warn und dann springen. Fuck. Check! What the fuck? Fuck. Mist. Okay, das ging nicht. Okay, ich muss wrairl und dann darf ich mich nicht bewegen. Genau. Dann klappts. Okay. Ich glaube das hast Du nicht für ein Schwingen gedacht. wirds' nicht. warte mal... Fuck ey! Boah ey, die Kletterpartee ist übelst schwer. Das könnt ihr nicht glauben, oder? Nee. Ja, ey. Eieieieiei. Okay. Aber wie zum Geier soll ich hier hinkommen? Bin ich hier herunterspringen? Oder wo bin ich denn dann wieder? Ich glaube, ich muss sogar hier runter, oder? Ich weiß es nicht. Mann. Und jetzt bin ich hier. Doch. Hä? Äh, ich hab keinen Plan. Komm ich einfach hier hoch? Ja! Oh, Mann, 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 Mann. Was bringt mich das jetzt? Wie komm ich denn hier hoch? Was zum Geier soll mich das jetzt bringen, dass ich hier drüber komme? Ja, hallo! Hallo, das ist doch! Hallo! Faith! Hä? Hä? Was zum... ... ... ... ... ... ... ... Ja, jetzt geht doch. Alter Kneiter! Und jetzt bin ich hier! Ich bin mir aber auch nichts! Was ist denn das? Für eine Kackplatter-Partie! Wo muss ich jetzt hin? Kann mir das auch jemand sagen? Scheinbar nicht. Was zum... Mann, ey, warum falle ich immer runter? Wo bin ich hin jetzt? Ich bin hier wieder. Ähm, ja. Ich bin... wieder mal sehr, sehr, sehr blandos. Also das... wieder ein bisschen sehr abnormal. Ich muss hier hoch. Wie komme ich hier hoch, bitte? Ich muss hier hoch, weil hier ist so ein Ding wieder. Und wie komme ich hier hoch, bitte? So. Das ist so geil. Mann! Faith! Mann, ist die... die macht nie das, was ich will. Das ist unglaublich. Nie! Also meistens nicht. Alter! Boah! So, jetzt bitte hoch! Geh, komm! Hoch! Mit dir! Hoch! 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 Ich sag hoch und sie... Sag... Alter! Haha! Ich kann nicht mehr. Fuck! Hier kann ich auch keinen Roller machen. Und hier komm... Ja, hier kannst du knicken. Wo bin ich jetzt? Ich hab Angst. Alter! Hä? Sag mal! Sie... Manchmal hält sie sich fest, wenn ich fast runterfalle. Manchmal auch nicht. Warum? Warum? Faith, du... du nervst mich schon langsam. Kann das sein? Ja? Bisschen schon. Okay, glaub ich bin aber... richtig. Ich weiß es nicht. Ich glaub ich bin richtig. Ich hab keinen Plan. Vielleicht bin ich richtig. Ich weiß es nicht. 10.000 drücken und sie geht natürlich nicht hoch! Oh, Mann! Faith, jetzt tu doch das, was ich will! Das kann ja nicht so schwer sein, du so... Okay. Ich sag dir, was du jetzt tun sollst und du tust es einfach. Okay, ich sag's. Ich fühl dich, tasten und du tust, was ich sage. So. Dann hier runter. Genau. Und jetzt bitte hier hoch, ohne runterzumfallen. wenn's geht. Hoch! Und, äh... Okay. Nee. Das war... Nee. Doch, ich muss gar nicht hier hoch. Von meinem Plan her. Von meinem Plan her muss ich gar nicht hoch. Alter, komm! Ich hab's! Ja! Er hat gespeichert! Ich... Ich bin hoch und ich... Alter, ich bin richtig! Ich bin richtig! Ich bin richtig! Das war falsch. Scheiß! Okay, komm! Ich bring mich nur, ich bring mich rum. Ich war richtig! Ich war richtig! Ich war richtig! Was?! Ich war... Sag mal! Er hat gespeichert! Er hat eindeutig gespeichert! Was soll denn die Scheiße jetzt? Muss ich jetzt für dich hier anfangen? Ich hab doch gespeichert! Also er hat unten gespeichert von dem Symbol her! What the fuck! Awww! 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 Es... Er speichert hier die ganze Zeit! Ich versteh's nicht! Egal! Wie? Ich komm hier scheinbar nicht hoch! Aha! Okay! Dann komm ich hier hoch! Dann muss ich hier einen Wohlbaum machen! Oder nicht! Dass ich hier hoch komm! Awww! Hilfe! Herrgott! Alter! Nicht zu weit! Bin ich jetzt bald nach oben hier? Das nervt schon! Nee! Noch immer nicht! Noch ein Stockwerk! Awww! Nöööö! Jetzt ist die Frage, wo... Wo soll ich denn jetzt hin? Zum Geier! Warum bitte? Es steht die Rampe so, dass ich hier auch hinspringen kann! Ist das eine Aktion oder so? WTF! Wo soll ich denn jetzt hin? Hier geht doch... Hier geht doch gar nichts hoch oder raus oder so, oder? Hä? Wie komm ich... Wie komm ich bitte hier hin? Hier hoch! Dass das... Das ist ja 5... 10 Meter von meinem Kopf entfernt! Äh... LOL! Das steht einfach nur so! Aber das ist... Ah ok! Das bin ich mit gar nichts super! Ganz toll! Geile Scheiße! Ich bin komplett abgetrennt von dem Teil! Nur mal so! Nur mal so! Ich bin komplett abgetrennt! Aber komplett! Zum Geier sollte ich nicht hochkommen! Vielleicht mal ein Wolvern hier rüber! Obwohl das wahrscheinlich nicht schafft! Oder doch! Ok! Ja und jetzt! Aber... Ich... Ich sehe irgendwo eine Verbindung! Eine kleine Verbindung! Dass ich hier hochkomme oder was? Ja hier ok! Beim Gerüst! Ok! Aber hier komm ich... Hier komm ich... Hier komm ich nicht rein! Aha! Und hier auch nicht! Was... Ist los! Schaffe ich das? Nö! Und wahrscheinlich... Gehen wir hier hoch! Ok! Nur was... Bringt mir das wenn ich hier oben bin? Dass ich hier hochkomme? So jetzt bin ich hier oben und jetzt... Und jetzt... Schaffe ich den Sprung sowieso nie! Äh... Hier rü... Pfff! Boah! Hier rüber? Ich weiß es nicht! Verdammt! Okay! Hier rüber komm ich schon mal! Aha! Aha! Alter! Und jetzt... Äh... Maybe... Entweder so oder so! Ich weiß es nicht! Ich versuch's mal so! Okay! Was ist... Okay! Dann so! Nein! Fuck! Das geht nicht! Dann muss ich einen Roller machen! Nämlich so! Und dann rüberspringen! Alter! Alter! Alter was! Mit Zeitlupe und... Oh komm... Oh! Näh! Näääh! Nääääh authentic!